Sie haben nichts Unrechtes getan. Ich bin sehr stolz darauf, dabei sein zu dürfen mit dem Team und ich finde das sehr, sehr spannend auch. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Dass wir uns mal mit so einem Thema beschäftigen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Man könnte eher sagen, sehr hintergründig, weil der auch... Wir sprechen ein andermal darüber. ...immer sehr im Hintergrund steht. Also die Rolle ist nicht der erste Protagonist des Films. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Ähm... Jetzt suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Weil er das selber in die Hand genommen hat alles. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Wenn man nur geschaut hat, was er denn noch beitragen kann und... Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Zerfahrt! Zerfahrt!